Musik Zwei Drittel unseres Planeten sind von Wasser bedeckt. Deshalb setzt sich Greenpeace seit über 45 Jahren für den Schutz der Meere ein. Die Ozeane bilden die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Diese Unterwasserwelt ist nicht nur atemberaubend schön, sie versorgt uns auch mit Nahrung und Sauerstoff. Jeder zweite unserer Atemzüge kommt aus dem Meer. Kleinstlebewesen wie Plankton und Krill bilden die Basis der Nahrungskette für alle Meeresbewohner. Sie tragen damit auch einen wichtigen Teil zu unserer Ernährung bei. Über drei Milliarden Menschen sind auf die Vielfalt der Ozeane angewiesen. Doch die Ozeane sind in Gefahr. Durch Überfischung und achtlose Müllentsorgung ist das Leben im Meer großen Belastungen ausgesetzt. Klimawandel und Übersäuerung stellen zusätzliche Bedrohungen dar. Korallen, Delfine und Meeresschildkröten sind davon ebenso betroffen wie wir Menschen. Doch gemeinsam können wir diese Probleme beheben. Dank Greenpeace sind besonders zerstörerische Fangmethoden wie Treib- oder Grundschleppnetze bereits verboten. Setzen Sie sich jetzt mit Greenpeace für großräumige Meeresschutzgebiete und nachhaltige Fischerei ein. Für uns und zukünftige Generationen. Machen Sie mit!